Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video. Heute geht es um den Banken-Crash, der ja aktuell wieder stattfindet. Und ich möchte dir da ein bisschen einen astrologischen Kontext geben, dass du vielleicht die Zusammenhänge ein bisschen ziehen kannst und dir ein bisschen da reinschauen kannst, womit denn das zu tun hat und was vor allem auf dich zukommt. Schauen wir uns erst einmal den Pluto an. Denn dieser Crash ist ganz stark verbunden mit dem Rhythmus des Pluto, der ja am 23. März in das Wassermann-Zeichen reingeht. Und wenn wir uns diesen Pluto-Rhythmus anschauen, dann siehst du, dass er ja 2008 Pluto in den Steinbock eingetreten ist. Was bedeutet das jetzt? Der Pluto bleibt also relativ lange in einem Zeichen und bringt seine Energie in das Zeichen mit. Und Plutos Energie ist immer Stirb und Werde, Macht und Unmacht und absolute Transformation. Und das sind so die Themen von Pluto. Das heißt, wenn der in ein Zeichen wechselt, wie beim Steinbock, dann möchte der einfach transformieren, dann möchte der auch, dass sich etwas ändert. Und was ist Steinbock? Das sind gewohnte Strukturen, das ist das Festgefahrene, das ist das, was immer funktioniert hat. Und wenn du dich erinnerst, was ist 2008 passiert, beim Pluto-Eintritt in den Steinbock, die große Finanzkrise in den USA, die Lehman Brothers & Co., also dieser ganze Bankenkollaps, der noch nie da gewesen ist, eine Bankenkollaps, ist genau bei diesem Pluto-Ingress in den Steinbock ins Laufen gekommen und hat sich dann natürlich weiter bewegt. Aus meiner Erfahrung, wir haben es dann ein paar Jahre später in Europa gemerkt, aber das war eben keine nur amerikanische Krise, sondern es hat da eben weitere Wellen geschlagen. Was ist passiert? Die Staaten haben die Banken gerettet. Steinbock, Struktur, der Staat hat die Macht übernommen, das passt ja auch zum Steinbock, und rettet deshalb die Banken. Steuergelder reingepumpt in Unternehmen, die missgewirtschaftet haben, die schlecht gewirtschaftet haben. Und das Faszinierende bei der ganzen Geschichte ist, wir haben jetzt wieder diese Schwelle, wo der Pluto in den Wassermann wechselt. Hier in der Grafik, du siehst es, ab Jänner 2024 ist er dann fix im Wassermann, also da wechselt er von 2008 weg bis 2024, wechselt er dann wirklich vom Steinbock in den Wassermann rein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, am 23.03. kommt Pluto das erste Mal ins Zeichen Wassermann rein. Und das bedeutet einfach, dass er mit dieser ganzen Energie am Anfang eines Zeichens, also wo Pluto begonnen hat zu transformieren, noch einmal diese Transformation hochfährt, am Ende eines Zeichens. Und Pluto bleibt jetzt drei Monate, zweieinhalb Monate, im Zeichen Wassermann. Das heißt, vom März bis rein April, Mai und Juni geht er dann schon wieder zurück in den Steinbock. Und dort bleibt er dann, also wird dann rückläufig ab Juni wieder, und wird dann rückläufig und bleibt quasi dann wieder im Zeichen Steinbock bis zum 1., also bis zum Jänner 2024. Und was jetzt in dieser Periode passiert, ist ein bisschen Vorzeichen auf das, was uns dann ab 2024 erwartet. Und was passiert jetzt? Banken crashen, überraschenderweise. Genau am Ende dieses Pluto-Zyklus durch den Steinbock, wo der langsam in den Wassermann reingeht, da kollabieren die Banken. Drei nach. Drei, vier Banken in Amerika, die Credit Suisse in der Schweiz. Das heißt, es ist noch nicht einmal mehr Europa jetzt unberührt, sondern auch da rauscht schon am Bankensektor. Und das bedeutet für mich nur eines, dass dieser Zyklus, der begann mit 2008, 2009, jetzt dann vollendet wird. Und was sehen wir? Die Credit Suisse wurde gerettet, wieder von Staatshand. Das heißt, Steinbock ist noch erstarkt. Ich rette dich, ich helfe dir. Aber, und das ist jetzt das Interessante, wenn Pluto in den Wassermann geht, dann hat der Staat nicht mehr diese Macht und diese Kontrolle. Das heißt, wir können nicht ewig dann weiter Banken retten und so weitermachen, wie es bisher geschah, Geld drucken, diese systemrelevanten Unternehmen aufrechterhalten. Da muss was Neues kommen. Und Pluto im Wassermann fordert einfach auch das Neue dann von uns. Und daher gehe ich davon aus, dass dieser ganze Bankensektor eine massive Transformation erleben wird. Wir werden jetzt nochmal erleben, die nächsten eineinhalb, zwei Monate werden wir sehen, okay, das wird alles wieder gefedert. Und dann werden wir wahrscheinlich hören, nein, nein, alles gut, alles fix, alles safe, alles unter Kontrolle. Und dann wird es aber immer mehr holpriger werden auf diesem Finanzsektor. Und das wird uns, denke ich, alle auf eine Art und Weise betreffen. Also ich bin davon überzeugt, dass da noch weit mehr crashen wird und noch weit mehr sich lösen wird. Einfach weil dieser Pluto jetzt wirklich mit seinem Transformationszyklus durch die Strukturen durch ist und jetzt dann eben in den Wassermann geht, in eine ganz, ganz andere Energie reingeht. Aber Pluto möchte, stirb und werde, möchte einfach, dass da etwas gelöst wird, dass sich da etwas verändert und transformiert. Und das erleben wir jetzt wirklich ganz klar mit dieser Finanzkrise. Zu Beginn des Steinbock-Zeichens 2008 gab es die große Finanzkrise in Amerika und plötzlich, wir stehen am Ende des Steinbocks, wir kriegen eine Vorschau auf die nächsten 15 Jahre. Dann, wenn Pluto im Wassermann ist, haben wir wieder Bankenkrisen, Banken-Crash und finanzielle Probleme. Und was bedeutet das für dich? Meines Erachtens nach ist es wichtig, in dieser Zeit nochmal die Werte, die wahren Werte zu überdenken. Und vielleicht hast du es auch schon gemerkt, während der Gesundheitskrise in den letzten Jahren, wie wichtig es ist, stabile, klare Menschen um sich zu haben. Also baue auf persönliche Beziehungen. Zieh Menschen in dein Leben, auf die du dich verlassen kannst. Und vor allem mit deiner inneren Qualität werde selber zu einem verlässlichen Menschen. Denn das ziehst du ja dann natürlich auch an. Und wenn du das Gefühl hast, okay, man kann sich nicht auf mich verlassen oder ich habe das Gefühl, ich bin schnell mal überfordert oder ich brauche permanent etwas. Also wenn du immer das Gefühl hast, du brauchst etwas, du benötigst immer etwas, du schaffst etwas alleine nicht, dann schau bitte wirklich, dass du aus dieser Unsicherheit, aus dieser Onmacht rauskommst. Denn es geht jetzt dann, auch mit Pluto im Wassermann, um diese Eigenermächtigung des Individuums. Es geht darum, dass du in deine Kraft gehst, dass du in deine Klarheit kommst, dass du ganz, ganz stabil in dir bist. Und dann auch in deiner Vision. Und das ist eben so eine Zeit, wo das wirklich so geprüft wird. Und ich denke eben, dass so diese Machtstrukturen, die alten Machtstrukturen, dass wir sagen, ja, der Staat wird schon richten oder ja, da kommt dann schon die Hilfe, dass wir erleben werden, dass das nicht mehr so sein wird. Das heißt, der Staat wird nicht eingreifen können. Wir werden nicht darauf warten, dass uns irgendjemand rettet, dass uns irgendjemand erlöst, sondern es geht darauf, dass du sagst, sei bei dir selber, sei eigenverantwortlich und sei vor allem ein stabiler, klarer Mensch. Und Pluto lädt dich dazu ein, Macht und Kontrolle über dich selbst zu haben und nicht Macht auf andere auszuüben. Das wäre eine Schattenthematik von Pluto. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Bankenkrise reinrutschen und reinrauschen, die wird jetzt noch so gedeckelt und dann wird es heißen, alles gut, der Sommer kommt, hurra, hurra. Und auf einmal werden wir dann Ende des Jahres, wenn der Pluto dann im Wassermann geht, also so im Dezember wird es vielleicht schon ein bisschen knistern wieder und Jänner werden wir es dann wieder mitbekommen, dass da nächste Meldungen geschehen werden durch diesen Finanzsektor. Und da wird es noch einmal wirklich einen Flächenbrand geben, meines Erachtens nach. Und darum bereite dich vor und bleib stark. Es gibt einfach Einflüsse, da kommst du nicht raus. Das ist wie wenn man sagt, man sitzt in einer Achterbahn und die sitzt man durch und dann ist es erledigt und man hat es geschafft, auch wenn man sich nicht wohlfühlt dabei. Aber man kommt durch und auch du wirst durchkommen, davon bin ich überzeugt. Bleib bitte bei dir, bleib bei deiner Kraft, bleib in deiner Eigenermächtigung. Nütze dir diese transformative Energie, auch jetzt schon. Schau dich um in deinem Wohnraum, in deinem Umfeld. Wo ist denn Tant? Wo ist denn Überflüssiges? Was brauchst du jetzt vielleicht gar nicht mehr? Eine gesunde Verschlankung wäre da ganz gut. Oder Erschlankung, nicht Verschlankung. Gut, ich wünsche dir alles Gute. Hab keine Angst und da soll dir auch keine Panik machen. Das ist nur so meine Beobachtung letzten Endes. Und um noch einmal auf das Geld zurückzukommen und auf diesen Banken-Crash und auf dieses Thema. Wenn Jesus sagt, wessen Bild ist auf der Münze und ein Pharisäer sagt, das Bild des Kaisers und dann sagt ihm Jesus auf die Frage hin, ob man den Steuern zahlen soll, dann geb dem Kaiser, was des Kaisers ist, denn das ist letzten Endes nicht deins. Das ist nur Papier am Ende des Tages und es wird wahrscheinlich wieder nur Papier sein. Und dann zählt, welche Art Mensch du bist, aus welchem Holz du geschnitzt bist und wie dein wirklicher Wert ist für andere. Und das ist natürlich so dieses spannende Thema, in den Eigenwert reinkommen, die eigene Energie zum Erblühen zu bringen. Falls dich das interessiert, da auch mal auf energetischem Weg da was zu lernen, wie du dich mit dir selber beschäftigen kannst, wie du auch das Energiefeld von dir besser kontrollieren kannst, dann kann ich dir anbieten, ab April startet bei mir wieder eine Ausbildung live in Linz. Ich arbeite allerdings auch schon an so Online-Angeboten, aber es gibt auf jeden Fall, ab April startet die große Ausbildung bei mir in Linz nochmal, so wirklich, wo es darum geht, Aura sehen, die ganzen Blockaden auf energetische Art und Weise zu lösen, Aura-Chirurgie und natürlich auch wirklich so ganz klar bei dir zu bleiben und auch die Planeteneinflüsse da zu lernen. Auf meiner Homepage findest du alle Informationen dazu. Ich wünsche dir eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ehrini, bis nächstes Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ein Kind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020